Hyänen Hyänen Ich hasse Hyänen Und wie wollen wir jetzt an diesen Typen vorbeikommen? Lebendiges Fleisch Gute Idee Moment Komm schon Timon, ihr müsst sie irgendwie ablenken Soll ich mich etwa in einen Fummel schmeißen und Hula tanzen? Wow! Hast du Hunger auf ein sattes, gutes Fest gedenk? Dann ist Pummel hier perfekt, es ist Respekt gespeckt Soll's was Gutes sein? Nimm das fette Schwein, aber stell dich an, das wäre fein! Wir versinken Hier im Schinken Mit dem Großschwein All wir wollen Schweine sein! OI!